Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen auf eine Fahrt der Gefühle, der Emotionen und des Reichtums und des Schatzes. Dort am Horizont liegen millionenfach 1400 Gold und das wollen wir uns heute holen. Deswegen, meine Seemänner und Seefrauen, hisst das Segel, den Großmast und den kleinen Mast auch noch. Wir spielen heute mal wieder Pike Midland und ja, ich muss sagen, ich liebe Pike Midland. Das muss man einfach mal so sagen. Pike Midland ist, was ich liebe. Sie hat Exhaust dabei, das ist sehr, sehr gut für uns. Und ich bin etwas traurig, dass es nicht mehr so wirklich viable ist. Er hat sehr, sehr viele Nerfs über seinen Wave Clear bekommen und das ist wahrscheinlich das Größte. Dann wurde sein Ultimate genervt, sein Passive Food 100 Mal genervt. Und deswegen habe ich mir gedacht, Leute, probieren wir heute mal aus. Denn letztens habe ich noch ein paar Statistika gesehen und in diesem Statistika stand drin, hey, Pike Midland ist gar nicht so schlecht. Wird zwar nur von jedem tausendsten Mensch gespielt, aber der kann das ganz okay. Aber wahrscheinlich trügt der Schein, ne? Ich meine, wenn eine Person auf der Welt 55% Winrate hat auf Pike, dann ist das gar nicht so gut. Wenn das jetzt viele hätten, wäre das insane. Ja, und deswegen wollen wir heute mal testen, wie das Ganze funktioniert. Oh lol, den Mini habe ich nicht getroffen, da fuck. Wie gut wir klarkommen auf das Ganze hier. Und wir wollen natürlich Reichtum, Macht und Elo. Das alles wollte ein Mann, Tobi, Dr. Tobi Bart. Äh, ja, ich sag mal, gerade das Schlimmste bei Pike ist natürlich, dass die Wave jetzt sehr, sehr hart reinpusht. Wir haben generell sehr wenig Wave Clear. Werden immer sehr, sehr viel vom Gegner gebullied. Unsere Passive gibt jetzt auch nicht mehr ganz WAP wieder. Ist das Q-Boot, das so geändert, dass das nur noch den ersten Minion trifft? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, ich lese mir die ja immer durch, die ganzen Änderungen. Aber so ganz kom... Gib, 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 gib! Oh, das hat nicht gereicht. Ach, das macht ihr keinen Schaden mehr, Minions? Oh Gott, Leute, es ist... Aber jetzt kann ich mal so wirklich das Ganze Ausmaß sehen. Es ist eine Katastrophe. Einfach eine Katastrophe, das Ganze hier. So, jetzt... Naja, okay, jetzt habe ich den ersten auch getroffen. Ich weiß nicht, der erste ist gleich voll gestorben. Okay, wir müssen langsam gucken. Also normalerweise wäre es geil, wenn Chaco ganken würde. Gank mit Free Kill, schreiben wir einfach mal. Mit Pike kann man sehr, sehr gut ganken. Flash E. Oh, wenn der kommt, dann wäre das auch perfekt. Das sieht sehr, sehr perfekt, full perfekt aus. Außer wenn sie jetzt da watert und weg geht. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich sie noch gestandt habe. Aber rüber damit. Das ist sehr, sehr gut. Muss ich nicht mal mitkneiten. Ähm... Das ist tatsächlich okay. Wir haben nur 14 Minions. Wave Kill ist also sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich glaube... Jetzt mal eine Q. Es trifft wirklich nur den ersten. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Pike ist ja komplett tot. Steht das hier drin? Ah, ja. Il-sur-po-apinio. Ja, ja. Genauso steht es da geschrieben in den alten Statistiken. Ähm, hier unten passieren Dinge, aber ich glaube... Ne, das macht wirklich das... Also das schockiert mich gerade. Also es schockiert mich... Aller in höchstem Maße. Ich bin so schockiert, ich kann es kaum beschreiben. Das hier ist sogar noch schockierender, dieses Wave Kill. Aber die Kanone wird... Ja... Ich muss shoppen, Leute. Ich muss... Wir kaufen uns mal... Ja... Wir brauchen einen Diamant, Leute. Wir brauchen unbedingt einen Diamant. Mir fehlt leider ein bisschen Geld. Dann machen wir noch eine Flask. Ähm... Also... Heilige. Heilige, Heilige. Okay, Leute. Das ist tot. Aber gut. Wir werden es heute trotzdem durchspielen. Und durchziehen. Vor allem das Ganze. Wir müssen nämlich hier eh losgetten. Und... Ich meine, unser Team ist auch nicht schlecht. Wir haben Jacks, der ist stark. Shako ist, glaube ich, immer noch relativ. Deren Team ist aber auch nicht schlecht. Heilige. Heilige. Melfight und Fiddledicks. Wir können natürlich gucken, ob wir jetzt ein bisschen aggressiver das Ganze spielen können. Aber ich muss sagen, die Champions, die ich am meisten liebe, sind einfach tot, Leute. Pyke Midland war Liebe. Asia war auch Liebe. Leute, Asia. Asia. Ich liebe... Ich habe ihn geliebt wie an meinen kleinen Sohn. Asia war der perfekte Champion für mich. Skate schön ins Game rein. Super viel Playpotenzial. Mobil. Er war... Er war wirklich... Ein sehr, sehr besonderer Vogel. Aber er ist von mir gegangen. Denn er ist super bad mittlerweile. So, wie können wir denn jetzt hier was machen? Sollen wir was machen? Also am einfachsten wäre es halt mit Gangs... Wir müssten sie poken. Guck mal, sie hat auch gerade exhaustiert, Leute. Ich würde sagen, wir poken sie mal ein bisschen. Komm. Hier. Auto-Tech Q. Bre... Oh! Pock! Der Schaden! Jetzt schwimmen wir mal ein bisschen hinterher. Auto... Ich hätte... Leute, ich hätte auch hier... Lol, die Barriere hält aber auch drei Tage. Müssen wir hier... Slap! Einfach abgeslap. Ich komme, ich komme, ich komme. Banana, banana, banana. Coco! Also mein Schaden war schon sehr harsch. Oh, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Leute, go, go, go. Go, go. Power Ranger. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. No! 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 Da, also... No! Da muss... Leute! Was? Das hat nicht gereicht! Oh, dang it! Also, es ist okay. Ich habe den Kill bekommen, aber... Oh, dang it! Das hat nicht gereicht! Ich dachte, ich kriege ihn... Oh, hier ist aber... Oh! Ja! Geil! Oder ich glaube, das sind zwei Platten, Leute. Platten Tobi sagt da nicht nein. Zwei? Äh, eine, okay. Never mind, though. Never mind, though. Gut, das ist fein. Wir haben... Oh, lol! Ah, ah, ah! Out late! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Das wäre der Tag, an dem sie fast Tobi Sparrow bekommen hätten. Aber das ist natürlich Quatsch. So, Schuhe. Schwerter. Heute Abend ist Schwerterabend. Rudort! Ihr Gesocks! Wir müssen hier Kiel holen! Kiel ist in meiner Nähe übrigens. Nochmal so, by the way. Aber, also, ich meine, sie hat auch... Wie viel Rüstung hat sie? Ich glaube, sie dachte so, dass das irgendwie... Keine Ahnung. Schako mit Lens oder so. Guck mal, sie hat keine Rüstung. Und sie hat Magie-Dissense mit. Das heißt... Ja, deswegen kriegt sie auch so viel Schaden, wenn ich sie berühre. Autsch, Autsch, Autsch. Ja. Mhm, 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 mhm. Guck mal, ne? Damals mit dem alten Patch hätte ich jetzt mehr AP gehabt. Die ist das? Aber es ist okay. Es ist okay. Sie wird gleich sehen. Okay, ähm... Ist das Jacksman-Jungler oder was, Bruder? Bruder. Das ist halt schon. Broke, Broke. Und... Slip! Schade. Ja, okay, ne? Ich hab den Kiel bekommen. Das ist cool. Ne, gut, 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 gut. Jetzt können wir uns auch noch eine Platte mitholen, meine Piratenfreunde. Also, wir müssen das natürlich so machen. Ähm, also ihr könnt gerne Teil von meiner Crew sein. Aber, Lesko-Kuh. Aber, ähm... Also, Piraten... Also, ihr könnt einen Teil haben, so. Na, also, wenn wir Schatz finden, ist das natürlich... Geht ihr erstmal in meine Hände. So macht man das unter Piraten. Ja? Ähm, und danach können wir das quasi aufteilen. Aber halt... Ich würde sagen, so 80-20er. Ne? Weil ich bin ja der... Ich muss ja auch... Ohne Witz. Ihr denkt so immer, ja, so, ähm... Das ist, ähm... Ja, Habgierigkeit und so. Aber, Leute. So ein Schiff, ne? Das muss in Stand gehalten. Das braucht Kfz. Das braucht Abgasuntersuchung. Ähm... Lampen vorne hinten müssen gecheckt werden. Also, das ist nicht ohne. Leute, ihr denkt immer so... Ja, der steckt sich alles ein. Aber das ist Pappelapapp, Leute. So, go, go, go. Wen machen wir tot? Ich würde lieber... Ich nehm den, den ich kriege. Okay, das ist schon mal harsch. Okay, dann hab ich gestunt. Ich hab ult. Komm, noch ein bisschen Damage. Warte, die Barriere. Komm, noch ein bisschen Damage. Hä? Okay, also, ähm... Okay, das hab ich mir anders vorgestellt. Leute? Okay, das hab ich mir ganz anders vorgestellt. Ich hab meinen Games noch ein bisschen leise gemacht. Also, hä? Was ist passiert? Okay, 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 okay. Okay, ich sehe gerade. Ich sehe, Leute. Ich sehe. I see. Okay, aber das wird cool. Da seh ich mich. Ähm, ich sehe, dass unsere Botland Turbo intet. Ähm, die gehören auf jeden Fall nicht zu meiner Crew. Aber, äh, die Turbo intet... Deswegen... Guck mal, der hat auch so Turbo-Fett. Aber das ist cool. Wisst ihr, warum das cool ist? Weil... Ähm... Ich weiß nicht, ob ich... Ich werd sie nicht... Ich werd sie nicht, ähm, kennen. Also nicht jetzt, weil... Ja, sie ist 0-100, Leute. Chaco, we need to camp Bot. Chaco ist bestimmt... Äh, 0-1, das geht noch. Ähm, das ist gut, weil dadurch ist das Spiel... With me. We can. Dadurch wird das Spiel interessanter. Das mag ich. Da... Da seh ich mich. No way we can. Yes, we can. I am strong. I am Pirate. And I am a Pirate. Tatatatatatata. Tatatatatata. Ja, die kommen jetzt eh in die Mitte. Also, Chaco, hör mal jetzt auf zu weinen. Stopp weinen, Leute. Schlepp. Guck mal, die sind jetzt eh alle hier. Also, jetzt müsst ihr mir so oder so helfen. So or so müsst ihr mir jetzt helfen, Leute. Ahem. Ran jetzt. Rankommen auf den Medaw, Leute. Also, ihr müsst mir jetzt wirklich helfen. Aber ich hab... Also, ich hab überhaupt keine Waffe. Okay, die gehen weg. Das ist cool. Äh, Waffe clear is very bad. Oh, ein Infernal-Dreck. Äh, ich würde mal eben... Tja, weiß ich nicht. Oh, da ist ein Fiddelix. Vielleicht können wir hier was... Wir haben halt keine Leute, die irgendwas machen. Hier ist halt niemand. Leute! Warum? Chaco! Ich will ja nicht hier der... Leute! Was für zwei versus vier? Wir hätten sofort einen gelöscht oder zwei. Ich bin super strong. Ich bin ein Assassin. Ich mach... Okay, wir müssen... Okay. Gut. Und jetzt, weißt du, jetzt feiten die das. Aber ist okay. Oh. Ähm, Leute, wir lassen uns hier... Wir werden hier nicht jetzt... Wir werden... Wir werden nicht harsch werden. Das ist... Äh, die Tugend... Oh, guck mal. Er hat den Dragon sogar geklaut. Das ist die Tugend eines guten... Also, eines guten Piraten, ja. Das heißt, man sollte zwar gewisserweise etwas harsch sein hier und da. Man muss ja auch respektiert werden. Aber... Ähm... Wir werden jetzt nicht zu harsch werden. So, dann töten wir sie erst. Oh. Oh, 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 oh. Slick! So. Ne, das war ein Quickluns. Slick! Das ist okay. Ähm, wir können uns auch hier noch eine Platte holen. Eine leckere Platte. Eine leckere Platte. Ne, man muss ja bei sowas auch fairerweise sagen, jeder sieht da was anderes, ne? Also, ich hätte zum Beispiel... Ich glaube, ich kann die Leute halt mit meinem Itembild ziemlich one-shotten. Und das hat Chaco halt nicht gesehen. Ähm, weil er vielleicht auch nicht so oft Peik hat. Und weil er nicht weiß, dass ich so viel Damage mache und so, so. Und... Ne, das waren schon viele Gegner. Deswegen... Jeder sieht was anderes. Ne? Lysin zum Beispiel sieht gar nichts. Es ist auch was anderes. Ähm... Komme ich hier weg? Ja, schon, oder? Ne! Oh! Oh! Das hätte fast noch geheilt genug gereicht. Okay. Ähm... Ich hasse Fiddlesticks. Okay, Leute. Ich meine, Lux... Ah, Mann. Ich... Der Plattengerät ist ein bisschen... Ja, der ist ein bisschen da. So, was kaufen wir? Ich glaube... So, lasst mal gucken. Mergurys. Wir brauchen auf jeden Fall Mergurys. Ganz, ganz dringend. Da brauchen wir Mergurys. Hier, hier, hier. Und der kann auch ein bisschen zu zählen. Ähm... Wir müssen auf jeden Fall... Unser Kopfgeld, Leute. Ist hier auf der britischen Botlane. Die BB. Äh... Die wollen nicht, dass wir hier, äh... Kielholerei machen. Und wie nennt man das alles so? So im Piratenfachjargon. So, ähm... So, äh... Ne? Überfallmäßig und so. So, guck mal, da unten. Aber ich hab keine Ult. Wenn jetzt nur ein Chaco kommen würde. Ich glaube... Ohne Ult schaff ich den nicht. Ja, ist nicht too bad, wenn wir honest sind. Aber ich glaube, ohne Ult... Also... Ja, der ist halt... Der ist... Der empfindet jetzt schon das. Da müssen wir schon aufpassen, du. Aber ich glaube, es könnte sein, dass er noch ein bisschen stayed. Ja, wobei... Vielleicht portet er back... Bad, back. BB. Er portet bad, back. Das könnte tatsächlich sein. Ja, 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 ja. Zehn Sekunden. Der ist schon wieder fast full life. Und den Augen-Drag oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Wir gehen mal rein, Lund. Ich glaube, dass er noch hier ist, oder? Oh, da! Das wird nicht treffen, aber es reicht, glaube ich. Hatte! Halleluja! 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 Ja, schön! Leute, wir sind reich. Hey, we can't, we can't. Reich! Ein riesiger Schatz. Oh, da ist noch mehr Schatz. Kann ich den? Kann ich, kann ich? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Hurr! Out attack. Oh, no! Vor meinen Augen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Eine Schatztour versinkt vor euren Augen im Wasser. Aber es ist super tiefes Wasser. So richtig super tief. Wow, das war schon wieder super knapp. Also richtig turbo tief, sodass du da nicht hintauchen kannst. Einfach weg! Einfach weg! Oh, man. Aber okay. So, wir brauchen jetzt das Dractari Blade. Ähm, denn jeder gute Pirat braucht einen Degen. Oh, okay. Sehr gut. Mehr Schwerter, mehr Schwerter, mehr Schwerter. Und jetzt können wir langsam richtig eskalieren, Leute. Ich habe ja auch schön hier, äh, wir haben Gathering dabei. Und, äh, Konzentrationen absoluter. Na, das heißt, wir kriegen richtig viel AD mit der Zeit. Richtig saftig viel AD. Das heißt, wir springen auf den Gegner, machen Bam Bam Boom. Diese werde ich jetzt gepinkt. Diese, sollen wir mal Toplane was machen? Aber ich habe keine Ult. Ich brauche mehr Ultimates. Ultimates, Ultimates. Oder sollen wir Botlane? Wird Schako? Schako. Schako, come Bot. Wenn der jetzt sagt, nee, we can't, dann, dann flippe ich aus im Kitchen Room. Go, 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 go. Ich warte noch ein bisschen. Slip. Okay. Brrra. CC. Tötet ihn, bevor er mich tut. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Kann ich den? Ah, ich dachte, der kriegt noch einen. Shit. Aber so geht. So, wir fahren mal in Botlane noch ein bisschen durch. Alter, sein Wavecleer ist halt dreimal turbo-nerfed jetzt. Seine Q geht nur auf den ersten. Seine Ehe macht gar keinen Schaden mehr. Und seine Ultimate macht auch nur noch weniger Schaden. Also, Leute, Leute, Leute. Langsam wird es ein bisschen harsch, hätte ich gedacht. Sieht aber all over ganz gut aus eigentlich. Der wichtigste ist, glaube ich, Jax. Ich und Jax. Wir sind die beiden wichtigsten. Ich sollte ihn zum Großmast befördern oder sowas. Oder zum Stabsmast oder wie sie alle heißen. Ähm. Zack. Sollen wir den Tower hier beanspruchen? Ich würde sagen, ja. Denn dieses Monument gehört der britischen Garde. Das muss weg. Das Ding hier muss weg, Leute. Ähm. Es geht nämlich darum, ein Zeichen zu setzen. Zack. Zack. Guck mal hier. Ah. Ich glaube, wir tun so, als wären wir jetzt weg. Sind aber gar nicht weg. Ich glaube, wir können ihn getten. Wir haben Ultimate. Die Frage ist, ich glaube, er wird wissen, dass ich da drin bin. Und deswegen sind wir hier drin. Das ist. Hm. Er geht jetzt feststellen und merkt, okay, da ist er nicht. Und er kommt jetzt hier gleich durchgelaufen. Oder er geht in die Mitte. Wir warten, Leute. Geduld. Geduld ist des Piratens gut. Irgendjemand will doch diese saftigen Minions haben. Man muss manchmal halt mit seinem Piratenschiff um der Ecke warten. Okay, er ist in der Mitte. Das ist verrückt. Das ist verrückt. So. Dann nehmen wir eben den Tower mit. Leute, nehmen wir uns den Tower mit. Dann haben wir auch gut Geld. Wir müssen gerade mal ein bisschen Geld ranholen. Ein bisschen. Ah. Ah. Zack. Guck. Jetzt können wir uns das Ding schaffen wir ja wohl, oder? Oh, da kommen aber gerade ganz viele, Botlink. Ganz viele. Deswegen müssen wir jetzt einen piratischen Abgang machen. Hier lang. Oh. Oh. Hier ist ein Melfeld noch irgendwo. Huah. Bitte nicht, 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 bitte nicht 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 was passiert hier und weg so gut ich würde ja so ich bin abrufbereit ich bin quasi auf abrufung oder wie man das sagt later und slingo slingo brengo und aber das hat geld gegeben hat es ja hat es hat es hat es hat es hat dass ich liebe pike also so ein bisschen macht spaß it makes fun can we can we can we can we can we hop 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 zack wieso ich ich war noch so jung warum ich ich hab das verdient geliebt zu haben hier aber ist okay so wir kaufen uns johannes gemüse klinge und dann könnte ich sagen immer noch eine edge of night 1 edge of nights also ja okay aber damit ist das jetzt auf jeden fall final leute pike mit lane also ja ihr seht es funktioniert halbwegs aber das liegt daran dass ich geil bin und ein pirat bin aber das ist auch wirklich alles leute this is all kann man sagen gut was müssen wir als nächstes machen da oben ist noch ein monument der unterdrückung so wir fliegen los wir haben mittlerweile 300 ad das knüppelt ordentlich rein ultimate macht auch ganz netten der mensch 440 plus 170 und 74 ich würde sagen macht mal 80 draußen ist aber auch gut bezahlt der knüppel so kann ich hier danke so wir pushen einmal fix hier durch da auch und jetzt gehen wir nämlich von hinten den backstabber machen hier ist nämlich ja das ist genau was ich will das ist was ich will halleluja halleluja komm zurück komm zurück okay das ist ähm wartet wartet sie brauchen noch einen millimeter braucht sie noch einen millimeter der hat ich gebe ich bin ein pirat der das feiten wird ich bin kein weich wir haben muss mein team sind alle tot ihr habt kein getötet ist das euer truly ernst ihr habt niemanden getötet like really like really na gut aber okay das war jetzt gerade mit mit dem xerata das war aber schon wirklich harsch muss man sagen so was also es wird halt wirklich schwierig werden das game noch habe ich das gefühl weil ich hab also der der jack ist halt aus papier und der rest vom fest ist so ein bisschen schwierig schwierig ich würde sagen wir machen noch edge of night bevor wir shoppen gehen wie sie jetzt mit dem daraus also grenzwertig hier den da passt auf wir machen piraterischen abgang übergang glück gehabt sonst wäre ich tot gewesen ok ja nimm die kanone bruder nimm sie nimm die kanone und deswegen meine freunde das wäre edge of night gewesen by the way deswegen meine freunde gibt man nicht die kanone jacks you jacks we gotta need you a little bit tanky soon so wir nehmen die bot lane mit die bots lane zack zack okay der scheiß tier man ich hätte direkt die kanone angreifen sollen ich hoffe dass er tanky geht wenn er nicht tanky geht dann sieht das game schlecht aus und die schweiten gerade aber ich glaube ich die von der base aus dahin oder weil die sind eh alle voll live locker ok so da stimmt ein seemannslied an und his die segel entfernt ab vom ost werden wir reisen ok ich bin aber bereit ich bin 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 bereit leider leider nummer eins so edge of night ist an das ist an w es an wir helfen die segel ok leute ich habult können wir irgendwas machen oder nicht so jetzt tötet ihn bringt ihn bringt lasst die kehl ok was wir könnten noch so ein schwerfeuer hier initiieren hier macht in ferne drag get this shit so ich mache ich mache ein bisschen eine ablenkung in der mitte ja ja lebt noch lebt noch okay ein flash bekommt das cool so das heißt wir bekommen 2 4 ad bekommen wir wir haben 30 wir haben so 20 irgendwie so 17 20 irgendwie sowas bekommen ich weiß nicht mehr genau wie viel wir feuer hat nicht glaubt 364 oder so oder ja okay dann ja es ist okay es ist so wir haben wieder ultimate leute vielleicht hier sind pike irgendwo in peiken nennen oh beute 3 fern ob vom ost land in sicht heute in sicht hier war ok wir müssen kurz überlegen so hier ist action sehr gefährliche action tschüss ich bin weg als pirat muss man auch den quicksail beherrschen das ist quasi eine der wichtigsten tugenden eine der wichtigsten tugenden der tubidinische quicksail schon damals der alte kaiser franz slip slip wir gehen mal kurz raus damit wir jetzt wieder reingehen slip oh shit ja ne ok ok fahr 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 oh mein gott oh mein gott und dafür liebe ich pike und dafür hast jeder pike oh mein gott es wird aber super harsch das game leute jacks need to go full tank wenn er jetzt otherwise will lose oder jetzt wie kann man denn so dumm sein jetzt immer noch damage zu kaufen was kauft der denn jetzt trinity oder was leute also wir können das auch gewinnen wenn er full damage geht aber das ist es leute wir haben kein tank im team keine ja das schwert stelle ich jetzt mal nicht dazu weil den greift keiner an wir brauchen das problem ist immer das full build wir brauchen jetzt eine person die quasi tank geht das müsste jacks machen i will after ginso brother please no ginso go trinity ginso super int zu diesem zeitpunkt ich wette nicht dass der ginso hochgedest tot bevor der okay jetzt müssen wir gucken wie wir das hier machen slip und oh shit okay das war int gebe ich zu das war etwas int aber da 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 slip okay die gegner am gehende das ist sehr gut hier haben wir jetzt also möglichkeiten leute möglichkeiten sind da möglichkeitswurf schön müssen wir ein bisschen aufpassen da kommt nämlich der möglichkeitsstich zapp oh weißt du wie mit der harpune das geld aus dem aus dem wasser gefischt so ein fisch so fre 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 ähm schön 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 so wir fahren mal eben zum blue und dann pushen wir den botland tower weil mit land schafft der wohl Leute macht doch den scheiß tower ähm Leute macht den tower jetzt bitte danke 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 so ich mach den tower hier unten schon mal ich push den schon mal ein bisschen rein rein buschen ähm ähm wir haben gleich wieder ultimate wir haben allerdings sehr wenig leben muss man sagen sehr oh guckt oh guckt euch den schaden an Leute der schaden der schaden schöner schaden das ist schöner schaden ich bin ein fisch und fisch ist fischen weg ich bin ein fisch ich würde gerne ähm den cordon blü haben ist das erlaubt oder ist das verboten hätte ich gerne oh shit jetzt wird's okay ja schon wieder gedodged der ist aber auch unglücklich vielleicht bin ich auch einfach ein extrem guter schüler Leute das kann man manchmal auch einfach sagen ne Leute was soll man da sagen so wir kaufen death so dancer ich bin mir nicht ganz sicher über death so dancer aber ich glaube das geht schon klar look ist so 010 so ähm wir haben 500 ad kommt noch ein turn ne 500 Leute 500 so was geht hier ohne witz hoho hoho okay piraterie Leute ist immer von behind standen das heißt wie wie fällt sich ein pirat folgenderweise die sind jetzt alle da hinten wir gehen hier rum komm weg damit okay hier sind halt die haben okay hier überall das heißt die wissen ich bin hier aber da bin ich nicht denn okay leute leute die wissen wo ich bin aber nicht lange so was hält nur so das ist wie in metal gear so die nach 50 oder in skype so ne wo ist er wo ist er ja ich habe doch was gehört okay ich gehe wieder meine arbeit und jetzt sind sie wieder jetzt sind sie wieder rennen und jetzt kann ich mich hier wieder versteckt was das ist okay jetzt bin ich noch weg ich habe noch mal hallo 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 ok wir heilen wir heilen wir holen uns noch die puppe runter das rein also man merkt schon damals beim alten park hätte ich jetzt full life gehabt also klar wäre vielleicht auch ein bisschen toxic aber ich meine es als eine pässe ist das wie er macht auch full life und so ja das ist okay es also ist schmerz schon hier und und weg das ist so richtig den gegner abpacken und nerven mir also schade natürlich dass ich irgendwie den den ich getroffen habe also ich ich habe nicht verfehlt also ich wollte genau dahin schießen wo ich hingeschossen habe aber anscheinend steht er woanders ich dachte dass der genau da also ich denke wenn wir das sehen würden noch mal dann würdet ihr mit zustimmen so das sah aus als würde das passen so aber er steht wohl weiter vorne noch ein stück scheint ist ein bisschen animation hinter ihm noch da müssen wir dann erst mal vielleicht darauf achten aber das klappt einfach versteckt durch hinten und dann buch ich könnte auch sofort holten allerdings glaube ich leider noch mit millimeter überlebt und dadurch war es dann etwas unglücklich so wir verstecken uns wieder ich bräuchte unbedingt hier ist ein wort das sehen wir daran dass man drakter blade da waren wir können wir uns erst mal den hier erst mal gegönnt der guten so und jetzt warten warten war dahin schon wieder ich komme ja so wollte ich das genauso und jetzt bin ich weg ja also ja mit meiner old ist immer ein bisschen ich mache meine oldheit prediction mäßig das heißt ich mache sie wenn ich denke dass der gegner jetzt genau in dieser p reingedroppt also naja ich denke so hey ich denke hey einfach lappa heute heute und noch lappa 500 leute am turm am lehtürm 500 jetzt sind wir und direkt gefischt das ist eins wahrer fischer ich eins wahrer fischer so zu schnell gestorben aber ist okay ich glaube ich weiß nicht ob wir betten können weil irgendwie die er geht okay hat keine p und sie ist auch nicht da aber werden hier glaube ich noch locker machen können aber es okay will jetzt nicht ich mache sogar hier noch den turm 18 4 stehen wichtig vorhin habe ich mal so guckt so stadt mir wie so drei oder vier drei oder so steht mir so ja steht ja so 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 la so marum so aber so und das tempo was wir haben leute irgendwie 1700 also was stand also 750 oder so kann das sein wir auch 4000 gold die frage ist bauen wir diamant aus ich glaube ja der gibt mir ein only power spike eigentlich glaube ja wir können aber gucken wie die schuhe gleich verkaufen wenn ich gleich genug geld habe oder wir wenden jetzt einfach so wir haben 610 ad leute 610 610 und ganz viel led le die 7 50 led le die eigentlich so viel wie es geht okay klar wir können glaube ich noch ein dir kaufen wenn wir unsicher sondern lasst uns mal versuchen lasst uns mal was suchen gathering klickt gleich auch noch mal rein wir können jetzt halt richtig schnell hier über die map fischen schwimmen fischen fischen schwimmen und jetzt wartet ihr wie so ein angler da ist der köder und jetzt wartet ihr um jemanden angeln zu können die gehen alle da oben lang ist aber nicht schlimm ich sehe weil die sind jetzt alle hier da sind alle jetzt alle jeder gut da minus 1 jetzt müssen wir kurz rehabilitieren minus 2 nein der ist schon tot no why you do this to me to me to me to me to me to me and slingo oh shit okay das war's schön naja aber schön schön es macht so viel spaß so viel spaß aber erst so dead leute sagt er dieser step ist in der mitte so tot sagte er während er 24 steht aber wirklich leute glaubt mir pike mit land ist tot also pike mit land man muss halt sagen die luchs ist kern boosted gewesen und ich bin geil ja ich hoffe es hat euch gefallen es macht mir wirklich spaß ich wäre so gerne pike mit land man so gerne so so gerne so gerne so aber okay auf wiedersehen schönen tag euch miau miau Träbien well gums zwar gums distas miau 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 Vielen Dank.